Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben aus der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute am 13. Jänner 2021 geht es um das Spannungsfeld, um die Polarität von Angst und Zuversicht. Professor Wilhelm Schmid, der führende Philosoph der Lebenskunst, beleuchtet und deutet dieses Spannungsfeld Angst und Zuversicht aus philosophischer Sicht. Gestatten Sie mir ein paar Gedanken als Hinführung zum Thema. Zahlreiche solcher Spannungsfelder, solcher gegensätzlicher Erfahrungen und Gefühle durchziehen unser Leben. Wie damit umgehen? Eine weit verbreitete Verhaltensweise besteht darin, den einen Pol positiv zu bewerten, den anderen negativ. Das führt in der Folge dazu, dass wir das wollen und nur das, was wir als positiv bewerten, das streben wir an. Umgekehrt gehen wir in Widerstand zu dem, was wir als negativ bewerten. Das lehnen wir ab, wir wollen es vermeiden und wir bekämpfen es. Doch damit praktizieren wir eine verhängnisvolle Spaltung, die uns schadet, denn wir lehnen so die Hälfte des Lebens ab. Diese Spaltung wurde früher von der Religion, von der katholischen Morallehre gefördert. Dabei gibt es in der Bibel eine kleine Schrift aus vorchristlicher Zeit, das Buch des Predigers Kohelet, eines offenbar lebenserfahrenen und lebensklugen Menschen. Da heißt es, alles hat seine Zeit, alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Und dann folgt eine atemberaubende Aufzählung von Polaritäten. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen, zum Töten und zum Heilen, zum Abbrechen und Aufbauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, zum Klagen und Tanzen, zum Umarmen und die Armung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren, zum Behalten und Wegwerfen, zum Zerreißen und Zunähen, zum Schweigen und Reden, zum Lieben und Hassen, eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Wuchtig sind diese Worte, wenn man sie als Beschreibung des Faktischen liest, wie das Leben eben ist. Provokant sind sie, wenn man sie folglich auch als Appell versteht, dass all dies sein darf, vielleicht sogar sein soll, sein muss im Leben. Das sträubt sich durch vieles in uns, die wir so auf das Positive, auf das vermeintlich Gute fixiert sind. Heute interessiert sich zwar kaum jemand mehr für das, was die katholische Moraltheologie sagt. Die Moraltheologen selber nennen sich gar nicht mehr Moraltheologen und trauen sich auch gar nicht mehr zu sagen, was katholische Morallehre ist. Doch die Spaltung in Gut und Böse, in Positiv und Negativ, in Erstrebenswert und Abzulehnen, feiert in säkularer Form seit langem fröhliche Urständ, nämlich in der modernen Ideologie einer gnadenlosen Selbstoptimierung, eines stellernen Optimismus, eines zwanghaft positiven Denkens, auch einer naiven Zuversicht. Wilhelm Schmid hat in seinem gestrigen Vortrag darauf hingewiesen, wie einseitig die modernen, gesellschaftlich und kulturell geprägten Verhaltensweisen und Vorstellungen vom Leben sind. In seinen Schriften wird Wilhelm Schmid nicht müde, immer wieder zu fragen, ob das Eigentümliche des Lebens nicht gerade die Polarität sei, die Gegensätzlichkeit und Widersprüchlichkeit, die sich in allen Dingen und Erfahrungen zeigt. Im Buch Glück meint er, der Einzelne könnte sich fragen, ist es mir möglich, die Polarität des Lebens zu akzeptieren, nicht in jeder ihrer Erscheinungsformen, aber in ihrer Grundstruktur. Kann ich einverstanden sein mit dem gesamten Leben? Wie lebe ich mit dem Negativen an mir selbst und in meinem Leben? Erscheint das Leben in all seiner Polarität dennoch von Grund auf schön und bejahenswert. Das erfüllte Leben, schreibt Wilhelm Schmid, ist dann gleichsam das Atmen zwischen den Polen des Positiven und des Negativen. Nicht nur gelingen, auch misslingen. Nicht nur Erfolg, auch Misserfolg. Nicht nur Lust, auch Schmerz. Nicht nur Gesundheit, auch Krankheit. Nicht nur fröhlich sein, auch traurig sein. Nicht nur zufrieden sein, auch unzufrieden sein. Nicht nur Zuversicht, auch Angst. Nicht nur erfüllte, sondern auch leere Tage. So steht es im Büchlein über das Glück. Den nun folgenden Essay über die Polarität von Angst und Zuversicht hat Professor Wilhelm Schmid im Mai 2020 für den NDR geschrieben. Dieser Text ist für mich ein Kleinod der Lebenskunst. Darum habe ich Professor Schmid gebeten, seine Gedanken zu Angst und Zuversicht auch bei Wissen fürs Leben zu präsentieren. Danke, dass Sie dem zugestimmt haben. Herzlich Willkommen. Jetzt sind Sie dran. Danke, Herr Köp, für die sehr schöne Hinführung. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir leben unser Leben gewöhnlich an der Oberfläche, der Oberfläche des Alltags. Wir erfahren Gott sei Dank nur selten, dass unterhalb der Oberfläche sich Abgründe auftun können. Abgründe von Bedrohung, Krankheit, Verlassenheit, Unglück, Verzweiflung, Sinnlosigkeit. Alle Menschen kennen etwas davon. Das sind die Erfahrungen, die das Gewöhnliche durchbrechen, das die Normalität ausmacht. Und das sind die Erfahrungen, die die Gewohnheiten durchbrechen, in denen wir im alltäglichen Leben wohnen. Deswegen sind es Gewohnheiten, weil sie etwas mit wohnen zu tun haben. Im gewöhnlichen Alltagstrott, in der Eintönigkeit, die das bedeuten kann, dem Nicht-Groß-Nachdenken, kann es vorkommen, dass wir es herbeisehnen, diese Normalität, diese Oberfläche mal zu durchbrechen, auszubrechen und sei es mit einer Reise. Wenn dann aber wirklich was Abgründiges geschieht und die Oberfläche durchbricht, dann sehnen wir die Oberfläche wieder herbei. Die Gewöhnlichkeit, die Gewöhnlichkeit als Oberflächlichkeit, als Mangel an Tiefe abgetan wird. So war es zu erleben in der Konfrontation mit der Corona-Pandemie, die die Perspektive auf das Leben in kürzester Zeit verwandelt hat. Und ich möchte gerne daran erinnern, was war vor der Corona-Pandemie Normalität für uns, für ein Wort. Wir haben Normalität nicht sonderlich geschätzt. Und jetzt ist es zum Zauberwort geworden. Hätten wir doch wieder Normalität. Abgründige Erfahrungen sind gekennzeichnet durch schiere Unfassbarkeit, Unvorstellbarkeit, Fragwürdigkeit von all dem, was gerade eben doch noch so gewiss erschien. Was sofort aufbricht, wenn die Abgründigkeit aufbricht, ist Angst. Und die Wucht, mit der uns diese Angst überfällt, nun auch überfallen hat mit der Corona-Pandemie, diese Wucht hat vielleicht auch etwas mit der modernen Zeit zu tun. Die moderne Zeit, die sich im Laufe der vergangenen 200 Jahre entwickelt hat, war ein Versprechen, war eine Hoffnung. Die ist ja nicht zufällig entwickelt worden, sondern das war die Idee von Menschen, speziell von Philosophen, den Aufklärern, deren Namen jedes Schulkind kennt, Voltaire, Diderot, Kant, Jung, Herder und so weiter. Das Versprechen war, mit Hilfe von Wissenschaft, Wirtschaft, freier Wirtschaft, Technik und Politik, die Menschen endlich von allen bedrängenden Ängsten zu befreien. Damit sollte auf weltliche Weise realisiert werden, was ursprünglich ein christliches Anliegen gewesen war. Um aus dem Johannesevangelium zu zitieren, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt. Zitat Ende. Soll heißen, zumindest im Jenseits, sollte jede Bedrängnis überwunden sein. In der Epoche der Moderne wurde vorsätzlich hart daran gearbeitet, diese Erlösung von aller Bedrängnis und von allen Ängsten ins Diesseits vorzuverlegen. Und dann machen sich außerplanmäßig, gerade in dieser Epoche mit neuer Heftigkeit, Ängste bemerkbar, die doch nicht mehr vorkommen sollten. Nicht erst jetzt. Schon Mitte des 20. Jahrhunderts entstand der Eindruck, das Angstphänomen habe einen bisher nie erfahrenen Grad erreicht. Das sagte der Arzt und Psychologe Viktor Emil von Gebsattel und auch der Arzt und Existenzphilosoph Karl Jaspers wurde darauf aufmerksam, ich zitiere, eine vielleicht so noch nie dagewesene Lebensangst ist der unheimliche Begleiter des modernen Menschen. So Karl Jaspers in seinem Buch »Die geistige Situation der Zeit« bereits 1931. Jaspers zählte die Angst zu den Grenzerfahrungen, die den Menschen in seinem Kern erfassen. Das spezifisch Moderne der Angst resultierte für ihn daraus, dass die vormalige Geborgenheit des einzelnen Menschen in sozialen, traditionellen und auch religiösen Bindungen zusammengebrochen ist. Ich möchte fast sagen, eigentlich nicht zusammengebrochen ist, sondern Menschen haben diese Befreiung von diesen Bindungen als große Freiheit wahrgenommen und sie gerne realisiert. Aber jede Erfahrung der Verletzlichkeit der Existenz, die damit nur noch größer wird, kann dazu führen, wie Jaspers sagte, wie ein verlorener Punkt im leeren Raum zu versinken. Ausgerechnet in der Moderne. Die doch vormoderne Existenzängste weitgehend überwinden konnte, macht sich also Lebensangst breit, die es so zuvor gar nicht gegeben hatte. Vormoderne Ängste, alte Ängste waren die Ängste vor Geistern, Gespenstern, Teufeln, einem strafenden Gott nicht zu vergessen, den wir heute so nicht mehr wahrnehmen. Fegefeuer, Hölle drohte und hat die Menschen das ganze Mittelalter durch in Atem gehalten. Dank der Arbeit der Aufklärer konnten sich Menschen von diesen Ängsten befreien und nun richten sich neue Ängste auf die soziale Vereinsamung, auf die technische Entwicklung, wo soll das noch hinführen, auf übergriffige politische und ökonomische Systeme, auf Internetkonzerne, die ökologische Zerstörung, die Schnelllebigkeit der Zeit, die metaphysische Sinnlosigkeit. Die moderne Freiheit selbst ist beängstigend, denn sie ermöglicht auf neue Weise, sich in den von der Befreiung eröffneten Möglichkeiten zu verlieren, das Leben zu verfehlen und die Verantwortung dafür auch noch sich selbst zuschreiben zu müssen. Denn ich war es, der diese Befreiung gewollt hat und jetzt lebe ich im Nichts. In einer Situation wie der Corona-Krise kommen weitere Ängste zum Vorschein, sei es die begründete Angst, sich und andere zu infizieren oder die weniger begründete Angst, bald hungern zu müssen. Das war am Anfang der Corona-Zeit der Grund für Hamsterkäufe. Teilweise auch die Angst, auf dem Klo ohne Papier zu sitzen, die sehr manifest gewesen zu sein scheint. Die Angst, auch jegliche Freiheit einzubösen, hat bei einigen um sich gegriffen. Schon bald nach den ersten Einschränkungen, die die Corona-Krise nötig gemacht hat, Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Die Angst vor dem Verlust der Freiheit war bei manchen größer als die Angst vor dem Verlust des Lebens. Und sie haben darauf reagiert, indem sie diese Möglichkeit, das Leben zu verlieren, schlicht und einfach ignoriert haben. Ignoranz ist eine Möglichkeit. Ob die klügste, das ist eine andere Frage. Ängste kennen grundsätzlich alle Menschen von Kindesbeinen an. Man unterscheidet häufig die Angst von der Furcht. Furcht, die mit einem konkreten Anlass zu tun hat. Ich fürchte mich genau davor, vor dieser Spinne. Im Unterschied dazu ist Angst das Gefühl, dass es eine nicht klar erkennbare Bedrohung gibt. Etwas, das unheimlich erscheint. Und da eignet sich ein Virus natürlich fantastisch. Ein Virus völlig unsichtbar und ungreifbar. Ein Gefühl bei dem, dass ich sich schwach und ausgeliefert erfährt, einer solchen diffusen Gefahr gegenüber. Und schwach und ausgeliefert zu sein, ist das allerletzte, was moderne, selbstbewusste, souveräne, autonome, moderne Menschen ertragen können. Ein modernes Ich ist stolz auf seine Selbstbestimmung. Und jetzt wird sein Leben plötzlich von einem kleinen, unsichtbaren Virus fremdbestimmt. Daher hat es eine Weile gedauert, bis die Freiheitseinschränkungen zur Eindämmung der Pandemie die erforderliche Akzeptanz gefunden haben. Und kaum hat das den erwünschten Effekt erzielt, wurden diese Einschränkungen dem Staat zum Vorwurf gemacht. Nach dem Motto, wir haben kein Problem mit einem Virus, wir haben ein Problem mit einem Staat. Aber der Reflex ist altbekannt im Umgang mit Ängsten. Um das Unfassbare fassbarer zu machen, wird der Anlass für Ängste auf etwas oder jemanden projiziert. In der Geschichte waren es, und manche Menschen machen das auch heute noch, eine bestimmte Menschengruppe auszusuchen und auf die die Ängste zu projizieren. Die sind schuld, die sind verantwortlich. Und wenn diese Menschengruppe zurückgedrängt werden kann, und das war in der deutschen Geschichte auch mal so, eliminiert werden sollte, dann ist der Grund für alle Ängste endlich beseitigt. Ein Wahnsinn, aber Menschen können das. Woher kommt Angst? Angst kommt von Enge. Das Wort Angst geht zurück auf das lateinische Angustia, was so viel bedeutet wie Enge, Engpass, Beschränktheit, Bedrängnis, missliche Lage. Das lateinische Angustia wiederum geht zurück auf das griechische Wort Ancho, Anchein, einschnüren, würgen und in diesem Sinne quälen. Das Wort verweist auf das Phänomen, das mit diesem Begriff Angst zu fassen versucht wird und das alle Menschen kennen. Die Weite der Möglichkeiten reduziert sich auf eine einzige in ihrer Enge bedrohlichen Wirklichkeit. Da irren sich die Menschen nicht. Diese Enge ist bedrohlich. Und das womöglich in einem Maße, das auch im physischen Sinne das Leben bedroht ist, da die Luft zu atmen abgeschnürt wird. So fühlen wir auch, wenn wir Angst haben. Die Luft zu atmen wird uns abgeschnürt. Wir können nicht mehr richtig atmen. Das Problem ist, es gibt nicht immer einen sicheren Maßstab dafür, ob es sich tatsächlich so verhält oder nicht. Tückisch ist nämlich, dass Ängste auch ganz gut ohne Gründe auskommen können. Es kann die Angst ohne jeden Grund geben. Wie ist das zu erklären? Es könnte sein, dass die menschliche Existenz in jedem Fall der Angst bedarf. Egal wovor. Angst könnte, egal in welcher Form und zu welcher Zeit, von Grund auf ein Element des Lebens sein. Dass die Angst von existenzieller Bedeutung ist, zeigt sich am Reichtum ihrer Erscheinungsformen und auch daran, dass Menschen die Anlässe zur Angst manchmal geradezu suchen, wenn es in ihrem gewöhnlichen Leben daran fehlt. Das könnte der Versuch sein, ein existenzielles Angstquantum sicherzustellen, das wir zum Leben brauchen, damit das Leben nicht unerträglich flach und spannungslos wird. Sobald ein bestimmtes Quantum an Angst unterschritten wird, setzt folglich die Gegenbewegung ein. Die Lust an der Angst. So ist es zu erklären, dass es keinen Fernsehabend mehr gibt, ohne dass sie auf allen Kanälen Krimis sehen können. Worüber ich mich immer schon gewundert habe. Genügt es nicht, dass es Mord und Totschlag gibt, muss man das noch multiplizieren und jeden Abend darbieten. Aber es gibt ein großes Bedürfnis nach Lust an der Angst, im sicheren Fernsehsessel Mord und Totschlag zusehen zu können, sich selbst zu ängstigen, was geschieht nun in diesem Dunkel, in das ein Lichtstrahl fällt. Gruselfilme, aber auch Abenteuersport und das freiwillige Gehen in Extremsituationen, all das lässt sich so erklären. In der Epoche der Moderne haben Philosophen bemerkenswerte Anstrengungen unternommen, um diese existenzielle Ebene der Angst zu verstehen. Beginnend mit dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard. In seiner Schrift Der Begriff Angst 1844 erschienen in Kopenhagen, nahm er bereits die modernen Verhältnisse in den Blick, die eine neue Form von Angst hervortreiben. Die Auflösung aller Bindungen und metaphysischen Bezüge Kierkegaard hatte immer das Christentum im Blick und war sich klar darüber, dass in wachsendem Maße Menschen nicht mehr an einen Gott glauben können. Diese Auflösung erzeuge einen, so Kierkegaards Begriff, Schwindel der Freiheit. Insofern der Mensch sich ängstige, verhalte er sich aber zu sich selbst, zu seiner Freiheit, sich selbst bestimmen zu können. Jetzt wird ihm diese Freiheit erst so richtig bewusst, weil er Angst bekommt. Die Angst sei daher die bestmögliche Lehrerin des Lebens. Karl Jaspers pflichtete ihm ein Jahrhundert später bei, mit der Angst beginne, wenn überhaupt, die bewusste Lebensführung, die dem Gefühl der Verlorenheit etwas entgegensetzt, indem ein Mensch jetzt erst entdeckt, was ihm im Leben wichtig ist, weil er Angst um dieses Wichtige in seinem Leben hat. Das heißt, wir verdanken der Angst auch etwas. Vielleicht sogar verdanken wir ihr das Leben. Wenn wir sie rechtzeitig ernst nehmen. In der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass die Angst zur rechten Zeit dazu geführt hat, sich zu wappnen. Und als die Ängste nachgelassen haben, nach der ersten Welle, die großen Lockerungen, da sind wir leichtsinnig geworden. Ich übrigens auch. Es gibt also gute Gründe dafür, Ängste grundsätzlich zu akzeptieren. Die Schwäche der Angst ist in Wahrheit eine Stärke. Es kann ein Problem sein, keine Angst zu haben. Weil dann die Sensibilität für Gefahren fehlt. Insofern hat es keinen guten Sinn, danach zu streben, alle Ängste zu beseitigen und loszuwerden. Wer uns sowas verspricht, weiß vielleicht nicht so ganz, wovon er spricht. Wer keine Angst empfindet, ist auf Schritt und Tritt bedroht, da er nicht mehr in der Lage ist, Gefahren wahrzunehmen. Man könnte sich ja zum Beispiel im Grunde sagen, die statistische Wahrscheinlichkeit, beim Überqueren der Straße überfahren zu werden, ist denkbar gering. Also gehe ich einfach rüber. Das könnte die statistische Wahrscheinlichkeit, dass Menschen überfahren werden, deutlich erhöhen. Also probieren wir es lieber gar nicht aus und bleiben aus Angst am Straßenrand stehen, bis wir Grün haben. Angst ist nicht von Grund auf pathologisch krankhaft. Sondern sie kann wohl begründet sein, etwa als Ahnung, dass etwas Ungutes passieren könnte, dass etwas zerbrechen könnte, dass ich verlassen werden könnte und rechtzeitig darauf reagiere. Angst zu haben um sich und das eigene Leben wird damit zum Anfang der Lebenskunst. Wenn sonst nichts dazu führt, sich um sich und dieses Leben zu kümmern, dann ist es die Angst. Sie ist Bestandteil einer Kultur der Sorge. Und diese Sorge beginnt immer mit einer ängstlichen Sorge. Sorge hat zweierlei Bedeutung. Erstmal die ängstliche Sorge, die anfängliche Sorge, die wir oft nur vage empfinden, die vage Ängstlichkeit, eine Bangigkeit, eine Unruhe, die von Fragen her rührt, die sich irgendwie stellen, ob das Leben so wie wir das Leben bedroht ist, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob die Verhältnisse, die auf mein Leben einwirken, ökonomische, politische, ökologische Verhältnisse, ob die eventuell schädlich für mich sind, für mein Leben, für meine Umgebung. Diese ängstliche, anfängliche Sorge aktiviert unser Eigeninteresse, das Interesse an uns selbst, an unserem Leben und sorgt damit für eine erste Selbstaneignung und Lebensaneignung. Darin besteht, dass wir uns interessieren, in welchen Verhältnissen lebe ich denn eigentlich? Wie geht es mir? Warum so und nicht anders? Und wenn ich Angst um einen anderen Menschen habe, wird mir vielleicht zum ersten Mal deutlich, welche Bedeutung dieser andere Mensch für mich hat. Bevor ich mich geängstigt habe, war ich mir darüber womöglich nicht wirklich im Klaren. Damit kommt der ganze Prozess der Bewusstwerdung in Gang, der zu einem erweiterten Eigeninteresse und zu einer klugen Sorge führt. Sorge ist einerseits eine ängstliche Sorge, aber sie kann andererseits zur klugen Sorge werden. Angst haben zu können zeugt von Sensibilität für uns selbst, für unser Leben, für andere, für die Verhältnisse, die für unser Selbst Bedeutung haben. Letzten Endes richtet sich die kluge Sorge auf die gesamte Gesellschaft und die Welt, ohne die ich ja nicht leben kann. Wie will ich denn leben in dieser Welt, ohne dass sie ökologische Verhältnisse hat, die gut für mich sind und nicht schädlich? Sensibilität ist eine wertvolle Ressource und als Grundlage der Klugheit völlig unverzichtbar. Sie befördert die Vorsicht, Rücksicht, Umsicht, Voraussicht, die die Klugheit ausmachen. Dieser Prozess ist nie abgeschlossen. Die Sorge beginnt immer wieder von Neuem. Wir lernen dabei immer weiter dazu. Und besonders viel lernen wir durch die Erfahrung von Krisen. Denn wenn alles normal läuft, gibt's nichts zu lernen. Es ist ja alles gut. Wir werden sehr viel lernen aus der Corona-Krise. Entscheidend ist nur die Frage, ob der Stachel der Angst aufgenommen wird. Ob wir uns piksen lassen von diesem Stachel, um ihn kreativ zu wenden. Darauf kann niemand verpflichtet werden. Es gibt keine zwingende Notwendigkeit, diesen Stachel der Angst aufzunehmen. Es ist eine Option, eine Möglichkeit, die wir annehmen, die wir auch lassen können. Aber ein wichtiger Grund, den Stachel anzunehmen, aufzunehmen, könnte der Blick auf das mögliche Schöne und Bejahenswerte eines künftigen Lebens sein. Wenn wir jetzt klug sind, was werden wir für tolle Reisen machen können? Und wir werden sie mehr genießen als jemals zuvor. Warum? Weil wir Angst hatten, dass wir überhaupt nicht mehr reisen können. Reisen war Normalität geworden. Es ist merkwürdig, aber ausgerechnet in der Erfahrung der Angst können Menschen den tieferen Atem schöpfen, der nötig ist, um in kommenden Zeiten neue Höhen des Lebens zu erklimmen. Gerade der Mensch, der tief unten ist, wo er sich um sein Leben ernsthaft ängstigt, gerade da kann er oder sie oder divers die Kräfte sammeln für den Weg nach oben. Ein Automatismus gibt es nicht, ja, aber aus Angst wird Zuversicht, wenn wir erahnen, dass es diesen Weg gibt, raus aus dem Tal und dass es auch mit eigenen Anstrengungen zu tun hat, aus diesem Tal zu kommen. Es ist nicht nur die Aufgabe eines Staates, uns zu sagen, was wir tun und lassen sollen, das können wir uns schon auch selber sagen, wenn wir uns einigermaßen über die Dinge klarer werden. Derjenige, der Angst hat, hat sie aber vielleicht im Übermaß. Das ist ein Problem im Umgang mit der Angst, weil dann ist die Angst dasjenige, was sein Leben bedroht. Dann kommt alles darauf an, eine Mäßigung der Angst zu erreichen, sie runter zu dimmen auf ein Maß, das wieder lebbar wird. Höhenangst beispielsweise, ich spreche aus eigener Erfahrung, wo man sich auf kein Balkon mehr wagen kann, aber das lässt sich wieder runter dimmen, wie mit Hilfe von Therapien, die bestens erprobt sind seit vielen Jahren, die sehr gut funktionieren, sich zum Beispiel zu gewöhnen an die Situation, vorsichtig zu gewöhnen, sodass sie wieder ertragen werden kann, vorausgesetzt, das muss jede dieser Therapien voraussetzen, dass akzeptiert wird, dass die Therapie nicht dazu führen kann, die Ängste gänzlich aufzuheben und auszulöschen. Das kann nicht das Ziel sein und das wird auch nicht erreicht. Wir wissen schon warum. Weil die Angst eine existenzielle Bedeutung hat. Zum Mäßigen ist die Angst auch schon dadurch, dass wir sie grundsätzlich als Möglichkeit des Lebens auf der negativen Seite, wie wir das bewerten, wie Herr Köp das eingangs schon gesagt hat, akzeptieren. Grundsätzlich akzeptieren. Nicht jede Angst, eben nicht die, die überschießt, nicht die, die völlig grundlos ist, aber grundsätzlich als Möglichkeit des Lebens zu akzeptieren. Moderne Menschen haben sich zu sehr daran gewöhnt, immer nur das Positive vom Leben zu erwarten und sich dann im Übermaß zu ängstigen, wenn es ausbleibt und etwas anderes als das Positive vorkommt. Um die ängstliche Sorge im Maß zu halten, zu mäßigen, kann sie zeitweilig auch konterkariert werden durch eine gezielte Sorglosigkeit, gerade keine Sorge, sondern Sorglosigkeit, wenigstens für fünf Minuten, für ein paar Stunden, die wir in den Wald gehen oder etwas machen, was uns ganz ablenkt. Das ist die Rückkehr zur Oberfläche. Wir suchen das Triviale und Banale des Schöne des Lebens wieder und sei es nur mit einem belanglosen Plaudern bei einem Kaffee, in dem wir ein Freund oder eine Freundin treffen oder mehr oder weniger anspruchsvolle Filme sehen, streamen und vor allem, indem wir Musik hören und kunstvolle Werke anschauen. Alle Künste sind Brücken über Abgründe. Und das hat Gründe. Wahrscheinlich, weil alle Künste von Künstlern geschaffen worden sind, die sehr gut die Erfahrung der Abgründigkeit kennen. Viele Kunstwerke gehen aus dieser Erfahrung der Abgründigkeit hervor. Die Künstler müssen sich selbst erstmal Brücken über Abgründe bauen und daraus kommen die schönsten Kunstwerke hervor. Michelangelo ist nur eins dieser Beispiele. So können wir die Oberfläche wieder gewinnen, wenigstens zeitweilig, und die Oberflächlichkeit geradezu pflegen, wenn das zur Bewältigung einer schwierigen Lebenssituation dienlich ist. Wir können unwichtigen Dingen vorsätzlich Wichtigkeit zumessen. Wie war das nochmal im britischen Königshaus? Wer ist da gerade mit wem zu Gange und wer hat sich was zu Schulden kommen lassen? Das sind die entscheidenden Fragen der Menschheit für fünf Minuten. Bevor wir wieder zurückkehren zu den abgründigen Dingen der Welt, zu denen allerdings das britische Königshaus auch gelegentlich beiträgt. Vorsätzlich oberflächlich sein dient dazu, die Oberfläche des alltäglichen Lebens wiederherzustellen, diese relative Festigkeit und Verlässlichkeit, auf deren Grund und Boden wir uns dann wieder mit den abgründigen Dingen befassen können. Die Corona-Krise kann uns lehren, wie das geht. Und wir werden dieses Wissen womöglich noch ein andermal brauchen. Dass es gut ist, das Gewöhnliche und Normale zu pflegen, dass das die Erfahrung ist, gerade im Umgang mit einer solchen Herausforderung, in der die Sehnsucht nach Normalität überwältigend wird. Die Bedeutung von Gewohnheiten ist umso deutlicher hervorgetreten, je weniger wir sie pflegen konnten, mindestens am Anfang der Krise. Aber sie sind es, die harmlosen Gewohnheiten, die einer drohenden Sinnlosigkeit Einhalt gebieten können, denn Gewohnheiten machen Zusammenhänge in unserem alltäglichen Leben. Sie schaffen Strukturen, die selber Sinn gründen, wenigstens den Sinn, den wir alltäglich brauchen. Sobald es dann möglich ist, dass wir uns wohnlich mit all diesen Mitteln im Garten am Rande des Abgrunds einrichten, dann lässt sich aus diesem geschützten Raum heraus besser über Sinn und Sinnlosigkeit von Leben und Welt nachdenken. Was die Angst in Zuversicht verwandeln kann, sind auch die Sinne und vor allem der Tastsinn, also die Berührung, die keine Worte braucht. Die ist unterschätzt worden, aber jetzt fehlt sie so vielen in der Krise. Die Corona-Krise hat vielen Menschen die Botschaft bereitgehalten, Berührung ist von Bedeutung in deinem Leben. Und diese Erfahrung könnte zum Anlass genommen werden, Berührung künftig weniger zu vernachlässigen. Die erwünschte Berührung, ich spreche nur von der, es gibt auch unerwünschte Berührungen, aber die erwünschte Berührung macht jede Angst vergessen. Alle Eltern hören irgendwann mal von ihren Kindern, kann ich näher bei dir liegen, dann habe ich nicht mehr so viel Angst. Alle Kinder kennen Angst, auch die Wohlbehüteten. Ich fürchte sogar die sehr Wohlbehüteten, sogar noch ein bisschen mehr, weil sie natürlich ahnen, Kinder sind außerordentlich sensibel, sie ahnen, dass das Wohlbehütetsein auch eine Grenze haben könnte, die sich leider nicht restlos aufheben lässt. Und auch im Erwachsenenalter ist das so. Kann ich näher bei dir liegen? Darf ich deine Hand halten? Kann ich mich an deine Schulter lehnen? Berührung vertreibt Angst. Und dies auch auf den anderen Ebenen der Berührung. Berührung hat gar nicht nur diese körperliche Dimension, die allein ist schon von Bedeutung, aber sie hat auch eine seelische Dimension. Wie viel Trost, wie viel Zuversicht gibt uns die seelische Berührung, die wir bei Freunden und Freundinnen erfahren? Wie viel Zuversicht kann uns ein intensives Gespräch geben, geistige Berührung, die wir dabei erfahren? Und wie viel Zuversicht verdanken wir der metaphysischen Ebene mit Bezug zu einer Dimension der Transzendenz? Ich will das einfach erstmal nur so neutral formulieren. Transzendenz, Überschreitung, Überschreitung des gewöhnlichen, alltäglichen. Jede Berührung auf jeder Ebene vermittelt eine Erfahrung von Transzendenz, weil jede Berührung die engen Grenzen unseres Ichs überschreitet. Wir fühlen uns dann nicht mehr metaphysisch einsam in dieser Welt, wenn wir auch nur eine einzige andere Hand halten dürfen, einen Gedanken von einem anderen Menschen aufnehmen dürfen, etwas fühlen für einen anderen und fühlen, dass er oder sie etwas für uns fühlt. Und für mehr Zuversicht ist es auch gut, die Fähigkeit zur Distanz zu kultivieren. Ich meine damit nicht das Social Distancing, das wir jetzt alle gelernt haben und deswegen auch Sehnsucht nach Berührung haben. Nein, Distanz zu wahren zu all dem, was bedrohlich erscheint, gehört zur Kunst des Umgangs mit der Angst. Menschen, die an Gott glauben, können sich in einem großen Ganzen aufgehoben und geborgen fühlen und haben aus dieser Sicht eine Distanz zu dem, was gegenwärtig geschieht. Aber in der Philosophie ist schon in der Antike ein solches Verfahren auch ohne Gott ausgearbeitet worden. Schon Philosophen wie Platon oder Marc Aurel stellten sich vor, wie es wäre, wenn sie in das Weltall fliegen würden. Damals waren Raketen noch nicht mal eine theoretische Möglichkeit, noch nicht mal ein Gedanke. Aber der Flug der Gedanken konnte ins Weltall gehen, um von ganz weit außen zurück zu blicken auf unser Gestirn, auf unseren Planeten. Und das findet man tatsächlich schon bei Seneca, die Beschreibung, dass aus dieser kosmischen Distanz nur noch ein winziger Punkt zu sehen ist, auf dem viele, viele Menschen leben mit ihren Problemen. Aber wie relativ ist das aus der Distanz gesehen? Das kann helfen. Nicht durchweg, aber bei Gelegenheit lassen sich die Füße wieder auf weiten Raum stellen, wie das in der Bibel heißt, also mit religiösen Mitteln oder auch philosophisch mit weltlichen Mitteln, mit kosmischer Sicht. In Gottes weiter Welt oder anders gesehen in den unendlichen Weiten des Kosmos, gibt es eben auch schwierige Zeiten zu bewältigen, wie wir das nun erleben. Im einzelnen Leben, wie auch im Leben der Menschheit insgesamt. Das ist wohl das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass alle Menschen zur selben Zeit mit demselben Problem befasst sind. Das wird uns vielleicht enger zusammenrücken lassen. Das Paradies ist anderswo. Oder womöglich nirgendwo. Das wissen wir nicht. Die Enge des Alltags können wir aber transzendieren, um wenigstens für einen Moment auch mal über den Dingen zu stehen und die weit übergreifenden Zusammenhänge wieder zu sehen, nicht für immer, aber lange genug, um denken zu können, dass das, was uns momentan beängstigt und kein Ende mehr zu nehmen scheint, im Rückblick nur noch eine Episode. Mit dem Abstieg und der Rückkehr in den Alltag beginnen dann unweigerlich wieder die Mühen der Existenz, aber wir können die jetzt besser einordnen. Das Bewusstsein, das in der Corona-Krise wachsen kann, dass die ganze Menschheit eine Schicksalsgemeinschaft ist, kann eine neue Seite im Geschichtsbuch aufschlagen. Dieses Bewusstsein kann uns helfen, wenn es um die anstehende, weitaus größere Herausforderung geht. Corona geht in überschaubarer Zeit vorbei. Die Klimakrise nicht. Die legt jetzt nur eine kleine Atempause ein. Aber auch beim Klima wäre es sicherlich klug, die Angst vor einer möglichen Ausweitung der Krise frühzeitig ernst zu nehmen und nicht als Panikmache abzutun und damit wertvolle Zeit zu verlieren. Es sind berechtigte Ängste, dürfen wir heute sicher sagen. Denn wir haben nicht mehr nur Zahlen, die alarmierend sind. Wir haben Erfahrungen. Die machen wir jeden Sommer, nun und jeden Winter. wo Schnee nicht mehr da liegt, wo er lange gelegen hat um diese Zeit. Wenn weiterhin diese Ängste angesichts der Klimakrise als Hysterie abgetan werden, dann sollte das kein Gehör mehr finden. Wir wissen jetzt, dass es um ein rechtzeitiges Handeln geht. Angst und Zuversicht schließen sich nicht aus. Ganz im Gegenteil. Genau dann, wenn wir unsere Ängste ernst nehmen und Vorsorge treffen, damit wir für alle Fälle gut gerüstet sind, dann können wir auch voller Zuversicht sein. Das kann unsere Lebenskunst im Garten am Rande des Abgrunds sein. Herzlichen Dank. Lieber Herr Professor Schmid, ich danke Ihnen sehr für diesen Vortrag über Angst und Zuversicht in Zeiten von Corona. Auch für den gestrigen Vortrag Das Leben verstehen von den Erfahrungen eines philosophischen Seelsorgers. An einer Stelle dieses Buches, da berichten Sie von einem Gruppengespräch im Psychiatrischen Tagesheim der Klinik. Da geht es um die Frage, was ist ein Philosoph? Ist er ein Eigenbrötler? Ist er so etwas wie ein Pfarrer? Oder doch eher ein Dichter, ein Schriftsteller, ein Geisteswissenschaftler? Was für einen Sinn hat sein Wissen? Kann er den Menschen etwas geben? Erfindet er Lebensweisheiten? Was unterscheidet seine Gedanken von der Alltagsphilosophie, die jeder hat? Fragen über Fragen. Sie haben damals geantwortet, Aufgabe der Philosophie könnte sein, wie Diogenes nachzudenken über das Leben. Nachzudenken über das Leben. Über das eigene und das gemeinsame, um zu fragen, ob es auf dem richtigen Weg ist oder eventuell korrigiert werden sollte. Es müsse doch wohl jemanden geben, der das Leben genauer betrachte, um es besser zu verstehen. Jemanden, der auch größere Zusammenhänge über den Alltag hinaus im Blick behalte, um alle Lebensgebiete zu erfassen. Und sie haben ergänzt, dass niemand die letzte Wahrheit kenne und es nicht Aufgabe eines Philosophen sei, eine solche zu verkünden. Mich haben ihre Gedanken und ihre Sprache an ein Gedicht des britischen Dichters David Gascon denken lassen, in dem er schreibt, Weiter, Dichter, gehe weiter bis hinab zum Grund der Nacht. Mit einer nicht zerzwingenden Stimme überrede uns doch zur Freude. Mach durch den Anbau eines Gedichts einen Weinstock aus dem Fluch. Singe vom Scheitern des Menschen in einer Ekstase des Schmerzes. Lass in der Wüste des Herzens den heilenden Quell entspringen. Lehre im Kerker unserer Tage den freien Menschen den Lobpreis singen. All dies tun sie. Dafür danke ich ihnen. Übrigens möchte ich erwähnen, dass der jetzt eben gehörte Vortrag Angst und Zuversicht auf der Homepage von Wilhelm Schmid als Text im Texterhiv nachgelesen werden kann. Besonderen Dank auch dafür, dass sie in dieser Zeit unter schweren Bedingungen nach Feldkirch gekommen sind. Und großen Dank auch an meine beiden Kollegen von der Technik und der Regie, Jürgen Gorbach und Mark Wolf, die diese Übertragung möglich gemacht haben. Ihnen zu Hause, danke für Ihr Interesse, danke fürs Dabeisein. Leben Sie wohl! Leben . Musik . Untertitelung des ZDF, 2020